herzlich willkommen auf dem universum kanal freunde wir sind hier im gym im schönen gym wo auch dieses wochenende das event stattfinden wird ja jetzt mitbekommen es gab turbulente wochen und auch monate in bezug auf die halle in bezug auf die veranstaltung aber wir haben jetzt eine lösung gefunden und deshalb sitze ich mit marlon um euch das final zu verkünden und ja ich würde sagen vielleicht erst mal ein zwei sätze was so in den letzten wochen eigentlich hinter den kulissen passiert ist und ja wie schwer war es jetzt das ganze zu finalisieren und eine lösung zu finden ja auch hallo erstmal von meiner seite natürlich treffen wir uns hier leider in einem nicht so guten rahmen es geht darum dass unsere lang geplante box veranstaltung in nrw zuerst in düsseldorf dann in bochum und dann in essen leider vom innenministerium aus nrw abgesagt worden ist daher treffen wir uns jetzt hier zu diesem interview um einfach mal bekannt zu geben was wir denn nichtsdestotrotz am dritten sechsten bei uns hier im gym in hamburg vorhaben haben wir jetzt schon eine finale fight card für den abend ja was ist mit den kämpfern passiert werden der zwei ursprüngliche paarungen mo abdallah gegen senat gashi kevin wollte das auch zuerst vielleicht zu den hauptkämpfen und zu der abgesagten veranstaltung jetzt also es ist so dass wir für die beiden hauptkämpfe senat gashi gegen mo abdallah und senat g gegen kevin volter mehrere tausend karten verkauft haben und wir wollen natürlich jetzt bei uns im gym hier eine veranstaltung stattfinden lassen allerdings haben wir gar nicht das kontingent hier im gym um so viele personen reinzulassen das bedeutet wenn wir diese beiden kämpfe bei uns hier im gym stattfinden lassen würden dann hätte halt jeder das recht dazu mit seinem ticket hier vorbei zu kommen da haben wir dann versucht für uns jetzt eine andere lösung zu finden und ich denke dass es uns ganz gut gelungen wir haben uns jetzt sogar einig dass mo abdallah sinan g kevin volter und auch senat gashi die eigentlich gegeneinander kämpfen sollten jetzt eigene neue kampfpaarungen bekommen werden zwei davon sind influenza fights zwei machen profikämpfe darauf gehen wir glaube ich gleich noch mal genauer ein aber insgesamt gibt uns das halt die möglichkeit alle diese vier personen bei uns hier im gym im einsatz zu haben so dass wir die fans da draußen nicht hängen lassen die boxer auch selber nicht sie haben eine lange vorbereitung hinter sich sie haben viel für diese kämpfe investiert und das ganze wollen wir nicht einfach verpuffen lassen nur weil uns da die behörden ein strich durch die rechnung machen wir wollen handlungsfähigkeit beweisen und ich denke dass es uns ganz gut gelungen ist zwar jetzt ein anderer rahmen etwas kleineres event aber ich denke von der spannung her und von den fights die wir da abliefern werden es ist nichtsdestotrotz ein eine hervorragende boxgala also ich denke auch die wichtigste frage die euch vielleicht da draußen interessiert ist was passiert mit meinen tickets ja ihr könnt die tickets die ihr geholt habt ja für das event für die paarungen der influenza und auch profis an sich nicht an diesem abend hier in hamburg einlösen das heißt es gibt nur abendkasse eure tickets behalten aber die gültigkeit ja das bedeutet das event wird verschoben die kämpfe werden in ein paar monaten stattfinden in einer größeren halle allem drum und dran und dass das ist dann fair auch für alle parteien für euch natürlich auch da draußen die geld dafür ausgegeben habt ihr euch auf die kämpfe gefreut hat aber das wird jetzt eine ich sag mal stay fit veranstaltung das ist so für die kämpfer auch einfach die die ausschüttung des ganzen blutes des schweißes die kampf vorbereitung die die jetzt trotzdem hingelegt haben dass sie die möglichkeit bekommen jetzt einfach zu kämpfen oder ja du hast einige aspekte angesprochen es ist viel mehr als nur eine stay busy veranstaltung was jetzt die hauptkämpfe betrifft ist es tatsächlich eine nicht auch da nicht ganz eine stay busy veranstaltung senat gashi zum beispiel macht einen wbc titelkampf der ist von der sportlichen bedeutung eigentlich noch viel wertvoller sinan g und kevin wolter ja die machen mehr oder weniger ein ein stay busy kampf allerdings werden die beide gegen echte profis in den ring gehen also auch das wird für die beiden noch mal eine ganz andere herausforderung sein und bei mo abdallah gehen wir weiter in seiner box karriere er wird er seinen zweiten profikampf machen gegen den aufbau gegner wie man so schön sagt aber auch da achten wir darauf dass der aufbau gegner ja ein bisschen was auf dem kasten hat und du hattest auch richtig angesprochen die bisher gekauften karten für die veranstaltung die wir geplant hatten die behalten selbstverständlich ihre gültigkeit allerdings sind wir da natürlich mit den behörden jetzt noch in weiteren gesprächen wie wir das event dann jetzt tatsächlich realisieren können angedacht ist da der september oder der oktober der frühe oktober eventuell wird es auch aufgrund einer verletzung von sinan g nichtsdestotrotz planen wir da in eine der beiden hallen mit der wir uns ja schon einig sind oder waren die veranstaltung durchführen zu lassen bedeutet entweder die mitsubishi elektrikhalle in düsseldorf oder die grugerhalle in essen um da einfach mit dem bisherigen ticketverkauf auch zu gewährleisten dass jeder auf seinem platz sitzt wie angedacht ist ja ich hatte schon gesagt dass die beiden hauptkämpfe werden auf september verschoben wir versuchen so viele kampfpaarungen wie möglich die geplant waren ebenfalls an diesem event stattfinden zu lassen so dass jeder der zum erwerb einer karte gekommen ist und die behalten möchte worum wir auch bitten weil wir davon ausgehen werden dass wir da dann das event des jahres veranstalten werden und es sich einfach lohnt bis dahin zu warten da kann ich denjenigen nur nahe legen dass sich das ganze lohnt wird und ja dass wir unsere vorbereitung jetzt sozusagen noch besser nutzen werden um ein noch besseres event zu veranstalten was kannst du jetzt zu dem event dieses wochenende sagen ja die waage findet statt am freitag und am samstag wann geht es los wie wird der fight zu schauen sein was hast du da an infos für alle zuschauer die waage ist am freitag um 16 uhr hier bei uns im universum gym es ist eine öffentliche waage also auch da bitten wir um zahlreiches erscheinen es wird eine gute stimmung hier glaube ich vor ort sein wir haben sinan g kevin wolter mo abdallah senat gashi hier aber auch viele weitere tolle profis die an dem tag sich wiegen lassen wenn man sich jetzt unsere profikampfpaarungen anschaut die auf der fight card sind dann verspricht das auf jeden fall spitzenklasse boxen wir haben unter anderem ein rossi larduet der gegen ali keden einen wirklichen schwergewichtskracher macht über acht runden da werden auf jeden fall beide boxer bis zum bitteren ende gehen dasselbe gilt für dimitri assenau auch er hat mit christian avia einen sehr gefährlichen venezuelaner der 24 kämpfe gemacht hat 18 davon gewonnen 14 per ko also alles andere als ein stay busy gegner yusuf kangül wird um den wbc international im super mittelgewicht kämpfen wbc international silvertitel gegen luka plantic auch da werden beide kämpfer bis zum bitteren ende gehen senat gashi macht einen titelkampf da gehe ich gleich noch mal genauer ein leon bunn macht auch im wbc international silvertitelkampf gegen serrat güler über zehn runden serrat güler ist ein unglaublich talentierter boxer der kampf wird glaube ich auch auf jeden fall für furore sorgen und auch gerade bei leon sind wir gespannt da ist ja rostam ibrahim leider ausgefallen für diesen kampf nichtsdestotrotz kann ich mir vorstellen dass der kampf zwischen leon und rostam dann halt eben auch auf die veranstaltung im september oktober verschoben wird ich kann euch nur garantieren dass das hier alles andere als eine stay busy veranstaltung ist wir werden hier spitzenklasse boxen gepaart mit spitzen entertainment haben auch durch die influenza freitag das wiegen um 16 uhr und samstag die kampfnacht selber beginnt um 18 uhr ist natürlich auf unserem youtube kanal universum boxing zu verfolgen der gesamte kampf abend wird sich wie es bei uns gewöhnlich ist ja über die abendstunden hinweg strecken also der erste kampf soll um 18 uhr beginnen und dann wird auf jeden fall bis in die späten abendstunden geboxt das ganze auch weiterhin wie geplant als pay per view of youtube also wir haben elf profikämpfe auf der fight card davon werden acht kämpfe free für alle zu sehen sein und drei kämpfe werden wir in der pay per view in der kanal mitgliedschaft wie das richtig heißt für 499 monatlich und auch jederzeit kündbar zu sehen sein dann lass uns gerne noch mal über die kampfpaarung sprechen sinan hat einen neuen gegner einen echten profi was was ist da passiert ja sinan hat auf jeden fall hier in kracher vor der brust würde ich sagen mit juan carlos rodriguez hat er einen erfahrenen leicht schwergewichtler der 23 kämpfe bereits gemacht hat 18 davon hat er gewonnen 17 dadurch per ko es ist also ein ko schläger das ist nicht irgendein fallobst den wir aus dem ausland holen das ist ein erfahrener sehr starker boxer der hat in seiner amateurkarriere dreimal bei der world series of boxing teilgenommen also um da hinzukommen jeder der ein bisschen ahnung hat weiß was das abverlangt darüber hinaus wie gesagt seine profibilanz spricht auch für sich er hat bisher noch keinen großen kampf gemacht auch noch nicht viele kämpfe im ausland aber der kommt auf jeden fall hierher um den influencern zu zeigen was richtiges boxen ist also wird auf jeden fall ein taffer test wie es klingt auf der anderen seite haben wir als nächstes kevin wolter wie sieht es bei ihm aus kevin wolter hat mit drasan jan janin wie man so schön sagt in der profiszene einen aufbau gegner bekommen allerdings dadurch dass kevin wolter selbst gerade mal beginner erfahrungen gemacht hat wird auch das für ihn ein sehr harter brocken sein ja ich denke mal mit sinan g musste sich kevin wolter so oder so auf einen schwierigen kampf vorbereiten mit rasan jan janin ist es jetzt die ähnliche situation wie beim gegner von sinan wenig vorbereitungszeit kurzfristig den kampf zugesagt auch eine verletzung in der vorbereitungszeit sogar noch gehabt also die beiden gegner kommen wirklich leider nicht topfit hierher aber dadurch dass sie den vorteil haben dass sie halt profis sind und ordentlich erfahrung schon hatten kompensiert das das glaube ich und uns ist auf jeden fall eine geile show geboten von von sinan g gegen rodriguez und kevin wolter gegen jan janin sie werden beide sechs runden a zwei minuten in den ring gehen und ja da sind wir einfach mal gespannt vor allen dingen was kevin wolter drauf hat und von sinan g sind wir nach der letzten niederlage gegen mo abdala natürlich auch gespannt die ein oder andere kombination zu sehen in bezug auf mo gibt es das schon updates für neuen gegner mo wird auch ein profi gegner bekommen bei ihnen bin ich noch in den letzten gesprächen da habe ich gerade zwei alternativen und wir müssen noch ausloten wer wer der bessere von beiden ist mo hat ja auch eine wichtige und langfristig langfristige boxkarriere vor sich von daher muss jeder schritt wirklich gut ausgewählt sein aber der gegner von mo denke ich mal wird heute spätestens morgen bekannt gegeben und da können sich auf jeden fall alle fans von mo auch sicher sein dass der jemand vor die fäuste bekommen wird und hier am dritten sechsten bei uns in hamburg im universum gym im einsatz sein wird für sechs runden a drei minuten und jetzt noch mal die letzte frage in bezug auf den vierten man senat gashi darf um titel kämpfen wie ist das zustande gekommen ja senat gashi kämpft um den bridger weight wbc international silver title über acht runden gegen hussein akdemir senat gashi ist aktuell die nummer sieben in der wbc rangliste im bridger weight und sollte er den kampf gewinnen wird er höchstwahrscheinlich in die top five reinrutschen also ein sportlich sehr bedeutender kampf für senat gashi was kann ich viel zu ihm sagen ist ein alter hase hat sehr viel erfahrung er kennt das geschäft er hat uns darum gebeten ob wir titelkampf daraus machen können wenn er denn nicht gegen mo abdallah kämpft wir sind in der lage dazu senat muss jetzt beweisen was er drauf hat ihr habt es gehört uns erwarten hochkarätige fights am dritten sechsten bei universum hast du vielleicht noch abschließende worte oder würdest du sagen du freust dich auch auf ein klasse event und ja ja ich habe mir natürlich in den letzten monaten den mund fusselig gesprochen wie tolles in düsseldorf wert wie tolles in bochum wert und wie tolles dann in essen wert aber nichts davon jetzt machen wir das bei uns hier in hamburg im universum gym nichtsdestotrotz kann ich auch nur diese veranstaltung ordentlich promoten und loben ich bin mir sicher das wird die boxgala des bisherigen jahres wir haben tolle kämpfe nach all dem stress möchten wir den boxern und auch vor allem vor allen dingen euch zuschauern ja nicht die möglichkeit entgehen lassen tolle box kämpfe und großes entertainment zu sehen seid auf jeden fall gespannt seid euch sicher dass wir für alle leute die bisher ein ticket gekauft haben für die eigentlichen kämpfe eine lösung haben werden nach der veranstaltung werden wir unsere nächste veranstaltung schnell verkünden und ja ihr könnt euch sicher sein dass wir da versuchen werden ideal auf euch zuzugehen und universum boxing hat einfach nur lust darauf geile box events stattfinden zu lassen und dafür geben wir unser bestes ich danke dir vielmals für die infos es wird ein super event am dritten sechsten die hauptkämpfe wie gesagt am dritten sechsten auf youtube für 94 die kanal mitgliedschaft bei universum abschließen dort könnt ihr alle hauptkämpfe live verfolgen ab 18 uhr geht es mit den vorkämpfen los ja wenn man die so nennen kann obwohl das auch super falls sind könnt ihr euch kostenfrei auf youtube anschauen danach wird es für 499 dann losgehen mit den hauptkämpfen ich freue mich wird ein super event seid dabei tickets an der abendkasse viel spaß und